Die Trojaner greifen das Lager an. Ajax ist umzingelt. Was? Odysseus, wir müssen sie retten. Wir müssen das Tor aufgeben. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Ajax retten. Besegen Sie die Kavalerie. Haltet aus, Ajax. Meine Hopliten sind unterwegs. Die Ajax angreifen. Und damit willkommen zum nächsten Kapitel. Tja, jetzt haben wir endlich das Tor von Troja gestürmt. Ich brauche Hilfe hier drüben. Ja, ja, ich bin doch schon dabei. Und leider kommen wir immer ruhig weiter. Die Pferde fallen ganz schön laut um. Lasst uns die Truppen in eurem Lager neu sammeln, Ajax. Führen Sie Akantas und ihr Herr zu Ajax-Dorfzentrum im Südwesten. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Aber bei dem Spiel weiß man irgendwie nie. Ich fahre so auf diese Scheißmusik ab hier. Das ist unglaublich. Bilden Sie eine schlagkräftige Armee aus. Und zerstören Sie alle Gebäude im Bereich des Trojanischen Truppenkops. Warum können wir jetzt nicht einfach hier wieder durch? Das ist mir ein Reservoir, warum müssen wir jetzt da oben durch? Das verstehe ich nicht. Ein Marktplatz, okay. Ich hatte ja insgeheim schon fast die Vermutung, dass das hier das Level ist. Ähm. Wo man zwei, zwei Dörfer hat. Das wäre nämlich echt... Oh, das wäre ganz schön kackel gewesen. Was ist das Gott sei Dank? Der hing fest. Gehst du halt. Die Bäume sind schon abgeholzt, okay. Hallo? Nein, du nicht. Du machst da jetzt mal weiter. Ich dachte, jetzt passiert hier noch irgendwas Tolles, aber scheinbar doch nicht. Gut, die Esel kommen dann mal dahin. So, jetzt geht's wieder los. Ähm... Das. Prostagma. Ich hab das schon. Ja, kein Essen ist okay. Sie mal an, an. Das. 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 Die Typen. Könnt das hier wieder weg? Das. Du. Das. Oder, du. Das. Und hier. Vielen Dank. Es muss an denètres. Ja. Oh Chinese. Du. Das. Very. Das. Das. Das." Sie könnten versuchen, Ställe direkt hinter der Front zu bauen. Ich könnte auch erstmal versuchen, überhaupt irgendwas zu bauen. Junge. Ich wollte erstmal ein paar Leute. Komm, wir müssen die Mauer. Ich will. Weil theoretisch haben wir ja schon... ... sind wir ja schon in der dritten Zeit, aber es ist halt nichts ausgebaut hier. Der Typ will nicht gut, hat er Pech gehabt. Mädchen, bau doch erstmal die Mauer. Hier geht da jetzt mal gucken, ob man da nicht irgendwann noch was zumachen kann. Felsen sind schon mal gut. Habe ich eigentlich ein Tempel schon hier stehen? Ich habe keinen Tempel hier stehen. Bau mir ein Tempel. Wir brauchen mehr Leute. Wir brauchen viel mehr Leute. Ich will, ich will. Irgendein Mistkerl, geht da mal weg. Das Gold geht ja ganz gut. Gut, Gott sei Dank. Gut, Gott sei Dank. Gut, wir haben... Das ist schon mal angenehm. Nein. Ich muss jetzt erstmal gucken, was hier so drumherum noch ist. Außer Grafikfehler im Schatten. Uuuh, da flimmert der Grafikfehler. Sehr schön. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ich glaube, da wollte ich schon. Okay. Ich hätte gehofft, da gäbe es Fische. Aber na gut. Diese Geräusche von dem Pferd. Eine prünftige Stute. Das ist ein sehr komischer Kartenaufbau. Da ist der Durchgang. Ah, hier ist Gold. Okay. Was soll ich machen dazu auch? Sehr schön. Es mit den Türmen schießen beibringen. Rostalos. Prozessier. Malche. So, Mädchen, ich brauche eine Mauer. Da hin. Ekalos. Es war leh. 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 Nein. Es war leh. Was war leh? Es war leh. Beide. Das ist schon ein Getriebe. Prostagme. Isto. Isto. Mehr Leute. Isto. Prostagme. Na. Na. Prostagme. Isto. Prostagme. Na. Ja, überlegt euch das bitte noch mal. Läge, ne. Prostighe, äitimi. Keine Rolle. Läge, ne. Prostighe, äitimus. Prostighe, äitimus. Prostighe. 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 Mάλιστα. Äitimus. Isvali. Äitimus. Prostighe. Prostighe. Isvali. Ach, leck mich doch. Ja komm, jetzt verrück dich mal hier wieder. Isvali. Vullume. Kalos. Ne, kommst du nicht rein, Junge. Läge. Boah, ihr seid so strunzblöd, Leute. Folgt dem doch mal. Das kann man ja nicht mit ansehen. Warum seid ihr so langsam? Prostighe. Ne, halt anders. Du. Kommst mal mit. Huch. Nein. Ah. So. Das dahin. Prostighe. Dann ihr alle. Prostighe. Prostighe. Ihr alle. Warten wir jetzt da mal noch schnell eine Mauer hin. Und wir können nämlich direkt auch die Tür mit dahin klatschen. Die Tür brauchen nämlich schon mal ein bisschen länger. So. Mal ist das. Dann kaufe ich direkt noch ein bisschen Holz. Prostighe. 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 Ätimo! Vula me! Ätimo! Präscher! Vula me! So, ihr könnt schon mal weiter Holz kloppen, brauchen wir noch ein paar Türme. Ja, wenn du das meinst. So, mein hier, die Laie des Apollon erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit von Dorfbewohnern. Das ist ja mal eine Maßnahme. Mensch! Prostagmann? Ja, hör mal auf da zu schießen. Aha, was haben wir hier? Wirkste der Pandora, entfesselt das Bösen, dem sie müde scheinen, schneller ausmeldet. Nice! Prostagmann? Ja, was haben wir hier? Ja. Prostagmann? Ja, was haben wir hier? Ja. Prostagmann? Ähtimos. Äh, nein, nicht da hin, da hin. Volumen. Volumen. Prostagmann? Pff, hallo? Framerate? Ist okay. So, was bleibt noch zu tun? Ja, Füchse der Pandora, das kann man nicht auch weiter ausbilden. Das brauchen wir auch erst noch nicht. So, du bringst es auch da hin. Er geht weiter Holzkloppen. Es fehlt überall Holz, das ist so schlimm. So, wir patrouillieren sie wieder. Ja, das war's. Prostagmann. Isto. Okay, ähm. Können wir denn noch Häuser bauen? Wir können tatsächlich noch Häuser bauen. Es ist ja ein Wunder. Ja. Wir haben kein Holz zum Häuser bauen. Ähtimos. Malista. Ja. Ja. Es ist wie immer ein Haufen Gold, aber kein Holz. Ich dachte schon, wir hätten ihn wieder zugebaut. Das wär's jetzt auch gewesen. Ja. Das wäre einfach. Bist du. Ja. 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 Naadenlinisch. Procesche. Procesche. Ist das so langsam wie schiff. Procesche. Prostagma. Volumen. Prostagma. So, jetzt sind wir hier auch schon mal los. Trotzdem hätte ich gerne langsam mal ein bisschen was zu füttern hier. So, jetzt sind wir hier auch schon mal ein bisschen was zu füttern hier. So, jetzt bin ich hier auch schon mal ein bisschen was zu füttern. So, jetzt sind wir hier auch schon mal ein bisschen was zu füttern. Prostagma Nä Läge Ätimi Vulo me Vulo me Vulo me Malista Prostagma Ästu Ätimos Vulo me Mh Echt? Oh das müsste ich ja gleich haben Ähm Eigentlich will ich gerne wieder Hydron machen, die sind nämlich eigentlich ganz geil um diese Sachen einzureißen Die sind richtig geile Belagerungswaffen Mal zu aller erst Zack Kolosse oder Koloss? Komm schon, mach mal einen fetten Koloss. Kolosse und Hydrin. Ja, ich glaub, das könnte ein bisschen Randale schieben. Ich hab ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, ob man nicht einfach hier hingehen kann und alles kaputt hauen kann. Trommel. Weiß jemand, was hier die Zeichen bedeuten? Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Ach, wir kommen da gar nicht hier, weil da Steine vorne dran liegen. Toll. Wer hat denn die Sauerei gemacht? Was ist denn ein Geschiss? Okay. Oh ja. Bring du mal weg. Und geh mal beten. Sei ein gutes Mädchen und geh beten. Prozessier. Nee. Prozessier. So, wir haben hier eine Schatzkammer. Wo stellen wir die denn am besten hin? Eigentlich hier so. So. Hier so. Mit den Reisen. Dann ist er auch gut beschützt. Äntimi. Malista. Prozessier. Woller. Stump, 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 stump. Läge. Naja. Naja. War ja klar. Brossiche. Na, bist du bald fertig mit dem Schwein? Oh, was glitzert und twinkert und macht schon Geräusche die Schatzkammer. So schön. Läge. 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 Prozessier. Ästos. Ätimos. Vullo me. Ästos. Läge. Läge. Metalleus. Läge. Ja, ich wollte sagen, irgendwas muss ich doch noch weiter ausbauen können. Ätimos. Vullo me. Okay. Okay. Bling, bling. Oh, die Schatzkammer lohnt sich echt. Guck mal wie voll die jetzt unsere Ressourcen sind. Das finde ich voll geil. Das ist voll krass. Das heißt, wir brauchen weniger Leute, die hier stoppen. Wir brauchen dafür mehr Leute, die beten. Wir wollen ja alles kaputt machen. Dazu wenden wir erstmal unsere Kolosse auf. Das heißt, wir können erstmal schön noch alles ausbauen. Ja, das fehlt mir natürlich wieder. Ist okay. Na komm schon. Los, wie soll ich mit ihr? Ätimos. Fritomos. Das Holz fehlt wieder, das Holz, kauf mal hier mal ein bisschen Holz, wir könnten ja mal hier die Sachen aufwerten, so, äh, was war das, das war das, und das fehlt wieder das Holz, wir machen prinzipiell mal mehr Esel jetzt, dann können wir nämlich mehr Geld verdienen, wenn wir mehr Geld verdienen, können wir mehr Sachen kaufen, was uns sonst so fehlt, außerdem geht das Geld dann mit den Esel nie leer, ich weiß zwar auch nicht wie das funktioniert, aber es geht nie leer, sehr schön, Goldkoloss, also noch ist es ein Silberkoloss, Prósoche! Ja was denn, wer will denn da schon der Ärger? Oh wer hat denn da einen Katapult aufweich? Elende Mistkerne! Du amtes Sauzucht! Wie lange sind der Koloss einfach? Ah, jetzt ist ein Gold Koloss! Ach, wo ist denn hier, Mann? Wie könnte es prinzipiell mal da Trümm die Golddinger abkrabbeln? Näh! Dann habe ich euch nämlich eine Neve! Näh! Ättime! Malista! Näh! Das kannst du mal so... Was möchte ich noch ausbauen? Das habe ich das Wichtigste! So! Läge ättime! Wullo me! Wie kannst du eine Esel, ey! Malista! Das ist einfach göttlich teilweise in diesem Spiel! Wullo me! 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 Die Esel auch explodieren, wenn man die oft genug anklickt. Toll! Das war irgendwie scheiße hier mit den Häusern. Oh, das liegt an dem vielen Betrieb. Proseche. Näh, malista. Wulume. Twinkle, twinkle, der Lütschapkama. Prostagma. Oh, ich finde dich ja so, hammer. Geil. Das aber mal. Proseche. Wulume. Du könntest eigentlich mal hier sammeln, da ist ein bisschen mehr Platz. Ich brauche mehr Leute, die für mich beten. Prostagma. Wulume. Esto. Ich habe jetzt so viele Esel, ich kann dir aber Essen zur Not kaufen einfach. Betet für euch, betet. Ich brauche viele Einheiten. Nee. Hallo? Achso, das ist der. Brauchst du einmal? Wulume. Betet auch für mich. Betet mich an! Boah, das Geräusch ist übel. Der Eber macht keine Geräusche, schade. Das... Wird einfach nicht langweilig. Genau das wird das. Das geht nicht. Das Geräusch. Die Flöckchen klingeln so schön. Und die Münzen. Die können beim Beispiel einen vollen geilen Song drauf machen, indem man die Soundstorms braucht. Was ist denn das da eigentlich? Ach nee! Leck mich fett! Bauen die mir deine Festung hin? Die Saukörper! Ich glaub's ja nicht! Ich glaub's! Bauen die mir deine Festung hin? Die schießt ja wohl hoffentlich... Nee. Gott sei Dank. Das wär's jetzt auch gewesen mit denen Reichweite gewesen, um hier den Zorn anzugreifen. Bleib hier, du Elendest! Okay, die Kolosse sind ja schon irgendwie geil, aber die sind einfach viel zu langsam. Das ist irgendwie alle grad sehr langsam, hab ich das Gefühl. Mal ist da. Nee. Warum sind wir da nach einhalten so langsam? Volumen. Mal ist da. Da müssen wir grad die Festung da wegmachen gehen. Prostegma. Mal ist da. Mal ist da. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Ja, geht doch noch bitte näher ran, dass ihr auf jeden Fall getroffen werdet. Ihr Superhelden. Prostegma. Mal ist da. Ich hoffe, dass ich von hier aus dort rankomme. Ja, Gott sei Dank. Kann ich mir nicht gefallen lassen, leider. Prostegma. Ah! Zwei Köpfe! Yay! Das ist immer noch so actionreiche Musik. Wir gehen erstmal da links rum. Könnte erstmal die Felder und sowas in Ruhe weg machen. Das ist mir früher auch nicht aufgefallen, dass die so stammen. Aber jetzt mit den Kopfhörern ist das ganz schön laut. Was ist das? Die Trojaner legen außerhalb der Stadtmauern Felder an? Nein, wir können sie nur! Wir können diese Felder nutzen. Haut hier einen Kornspeicher, holt Dorfbewohner und lasst sie ernten. Nein! Bestimmt nicht! Alles Platz! Oh, hier drin! Ich rieche weiter mit dem Turm. Wir haben jetzt niemanden mehr, der Essen sammelt für uns. Dadurch die Kamera reicht es immer noch. Das ist voll cool. Ach, sag mir nicht, dass man mit den Feldern auch noch auf die Köpfe fahren kann. Das ist cool. OK! Das ist gut, wir werden von meinem Kinosaur. Schauen wir den Örtlich! Was haben wir hier? Wir konnten die Kinosaurier in Kuart? Wir können die Kinosaurier. Nein. Schauen wir die Kinosaurier. After die Kinosaurier noch nicht. Ich habe keinen Anerkanntes. Hast du erkannt das? Nee, das war das alles. Ich habe keinen Anerkanntes. Ach, ich weiß ja nicht, so ein paar mehrköpfige Hüterinnen, kann sein, dass das reicht. Die hat nur vier Köpfe bisher schockt. Ich habe keinen Anerkanntes, aber ich habe keinen Anerkanntes. Kalos! Isbeli! Auspett! Isbeli! Isbeli! Ne! Ne! Kalos! Ich frag mich, wie die ich wieder herkomme! Soll ich... Ähm... Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber ich glaube, ich hab einen Bug. Eigentlich sollte nach... dachte ich zumindest, äh, nach 100 Gunst aufgehört werden zu sammeln, also irgendwie. Mal ist... Isbeli! Okay, mein Freund Schildild hat den Kopf. Stimmt nicht. Er sagt nicht bei Zeus, okay. Ich dachte, das wäre... ich hab das schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen. Dachte ich, bei 100 wäre allgemein Schluss, aber okay. Kalos! Und finde ich, ist Po... äh, Poise. Zeus ist ein sehr toller Gott. Oh, Malistan! Nein. Kalos! Oh, ihr seid zu langsam! Warum lauft ihr alle so langsam? Kalos! Isbeli! Kalos! 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 Der erste ist bei 200 Schluss. Na gut. Oh, diese Ziegen! Diese Ziegen! Killt die Ziegen, bitte! Ich kann ihn nicht mehr töten! Mit Entfernen! Isbeli! Kalos! Isbeli! 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 Kalos! Willst du denn hin, Junge? Ja, Reiter ist... Isbeli! Malistan! Isbeli! 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 Kalos! Isbeli! 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 Irgendwann! Was macht die denn da? Habt ihr es. Mal kaputt, wenigstens. Diese Ziegen! Halt! Lass dir doch mal die Ziegen töten. Ach man. Ich sollte die Scheiß Ziegen nicht einnehmen. Ich sollte ihn killen! Ist mir jetzt egal. Jetzt sterbt ihr. Guckt euch diese Köpfe an. Wie geil ist das bitte? Ja! Und damit bis zum nächsten Kapitel. Oh. Wir sind hier wieder Herr der Lage, Ajax. Lasst uns die Männer sammeln und Troja erneut angreifen. Akantos, Ajax, Agamemnon wurde angegriffen. Die Trojaner müssen Agamemnon geschlagen haben, während wir hier gekämpft haben. Sieht die Männer zurück. Wir treffen uns im Hauptlager und sehen, wie groß der Schaden ist. Jetzt kam natürlich ein Video jetzt, wo ich dran gedacht hab, Tschüss zu sagen. Also, bis zum nächsten Kapitel. Tschüss!